Der Spiel vor den eigenen Fans für die Borussia an diesem Nachmittag gegen den FC Metz. Viele bekannte Gesichter an der Seite, da sehen wir Benze Baini und Thüram. Ja, dritte Test nach dem 2-2 gegen Viktoria Köln, im 1-3 gegen Paderborn. Wieder zu Hause nach dem Trainingslager gegen den FC Metz. Eine Mannschaft aus der französischen Ligue 1, die sind in der vergangenen Saison 10. geworden, waren dann doch reichlich Punkte weg von den internationalen Plätzen. Hinein in diese Partie, die Fohlen in Weiß und dann Player in der 12. will dort den Abschluss finden, trifft aber eher den Boden und auch den Gegenspieler. Und beide mussten dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Das ist natürlich aus Sicht der Fohlen alles andere als wirklich glücklich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Denn mit Benze Baini und Stindl gibt es da schon und auch Embolo Personal, wo du nicht genau weißt, wann die wieder auf den Fußballplatz zurückkehren. Ja, bittere Geschichte für die Fohlen so früh in dieser Partie. Dennoch blieb der Zug drin in dieser Partie, die ja mit Kramer, Hermann und Wolf und Bayer und eben jetzt hier Hermann und Leiner schon auch namhafte Spieler auf dem Feld hatten. Am Ende fehlte so die letzte Konzentration und die letzte richtige Entscheidung Richtung Abschluss. Der Schuss von Hermann wird hier geblockt. Von den Franzosen in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht zu sehen, lag natürlich daran, dass die Fohlen wirklich gut Tempo und Druck machten. Auffällig dabei mal wieder Hannes Wolf, Benetz und dann wieder Wolf und der Schuss wird dann abgefälscht. Ansonsten steht es hier 1 zu 0 für die Gladbacher. Trainingslager war sehr, sehr überzeugend. Alle waren sehr, sehr glücklich über die intensive Woche. Die Hütte hatte sich mit einer Rede bei allen Beteiligten bedankt. Der anschließende Eckball getreten von Hermann und dann die hundertprozentige für Kienen Benetz. Der steigt aber nicht zum Kopfball hoch, was man grundsätzlich beim Kopfball machen sollte, um ihn dann von oben nach unten zu drücken. Hier in der Zeitdruckung noch einmal gut zu erkennen. Also das sollte dann normalerweise auch das 1 zu 0 sein in der 36. Die nächste Möglichkeit geht wieder über Benetz und Benetz macht es diesmal alleine. Und auch diese Idee gut, mit dem linken Fuß nicht aufs lange Eck zu schlenzen, sondern mal den Torwart versuchen zu überraschen mit dem Schuss aufs kurze Eck. Am Ende fehlt auch hier die Präzision. Die nächste hundertprozentige gab es dann in der Nachspielzeit für das Team von Adi Hütter. Und zwar hatte die der Weltmeister. Christopher, nicht Christopher, sondern Christoph Kramer. Aufgepasst, entwickelt sich diesmal über die linke Seite. Und dann Wolf sieht da, wie Kramer einläuft und der setzt den Ball auch gut an. Allerdings fehlt so das letzte, ja wie soll ich sagen, Quäntchen Glück. Schusskonzentration, um diesen Ball dann auch unterzubringen. Und so ging es dann mit einem 0 zu 0 in die Kabine. Ansage war, die, die in der ersten Halbzeit drauf waren, verabschiedeten sich in die Kabine. Und Adi Hütter brachte dann zur zweiten Halbzeit komplett diese Mannschaft. Da gab es nochmal eine klare Ansage, eine klare Ansprache. Noch einmal die Erinnerung daran, wie wir taktisch spielen möchten und wollen. Wie die Vorgaben sind, wo es möglicherweise die Phasen gibt des Anlaufens. Wo man sich fallen lässt, um zu schauen, wie reagiert dann der Gegner. Immerhin ja auch mit 10a-Nationalspielern bestückt. In dieser zweiten Halbzeit, ich nehme es mal vorweg, passierte bis oben, schauen wir auf die Minute 87, überhaupt gar nichts. Und dann kam Conor Noss. Super von Per Lockel in Szene gesetzt. Und Conor Noss, schon im Testspiel gegen Paderborn erfolgreich. Macht das hier in der Zeitlupe gut zu erkennen, sehr, sehr überzeugend. Vor allem sehr ruhig, abgeklärt, wartet, bis die Beine breit genug sind. Und schiebt dann zum Siegtreffer ein im dritten Testspiel. Der erste Sieg geht ja noch gegen die Bayern und Groningen. Bevor dann der Pokal folgt, das Auswärtsspiel bei Kaiserslautern. Und Bundesliga-Auftakt ist ja dann wieder in einem Spiel gegen die Bayern. Gegen die man endlich noch einmal testet. Also, der Sieg war da. Der Trainer wird viel gesehen haben und mitnehmen können. Und dann zu reagieren für die nächsten Aufgaben im Training als auch in den Testspielen. Adi Hütter wird grundsätzlich zufrieden sein, denn es gibt hier einen Sieg. Der Gegner von heute, der FC Metz, startet eine Woche früher im Heimspiel gegen den Meister der vergangenen Saison gegen Lille.